Ein weiteres Anliegen meinerseits resultiert natürlich auch sehr stark aus meiner Tätigkeit für die österreichische Jungbauernschaft. Da setze ich eben schon seit zwei Jahren ganz stark den Fokus auf Bildung, Aus- und Weiterbildung und das wird auch in Zukunft eines meiner Themen sein, die ich da weiter forcieren will. Mir ist es ganz besonders wichtig, dass sich vor allem die jungen Bäuerinnen und Bauern mit ihrem Status als Unternehmer und Unternehmerin identifizieren können. Das lebensbegleitendes Lernen etwas ist, das zur Selbstverständlichkeit und nicht zu einer Belastung wird und dass einfach gerade dieses Wissen und diese Aus- und Weiterbildung das Fundament für Wirtschaften sind. Dafür werde ich mich auf jeden Fall sehr stark einsetzen.